Sie sind zurück im Hotel 13. Doch nichts ist mehr wie es war. Die Zeitmaschine ist weg. Gemeinsam versuchen Tom, Anna und Liv das Geheimnis um die gestohlene Zeitmaschine zu lösen. Heute ist Mittwoch, der 5. Mai 2060. Tom Kepler wird aufgrund von Verbrechen gegen die Zeit angeklagt. Hat der Leopolds Verschwinden etwas damit zu tun? Wer ist der Mann mit den hellen Augen? Den hab ich auf dem Bildschirm gesehen. Und wer sind die geheimnisvollen Besucher aus der Vergangenheit? Hotel 13 und die gestohlene Zeitmaschine. Hotel 13, die neuen Folgen ab nächsten Montag um 15 Uhr. Nur bei Nickelodeon.